Die Zeiten sind einfach vorbei, wo du Leuten sagst, schick bitte eine Bewerbung an bewerbung-at-küchenstudio-müller.de In dem Video soll es darum gehen, wie du als Küchenstudio Mitarbeiter gewinnst, was da für Möglichkeiten gibt. Da geht es natürlich um alle Bereiche, also egal ob es jetzt Büro, Verkäufer, Monteur, Schreiner, Tischler, wie auch immer ist. Wir wollen heute wirklich mal ein Schlachtball an die Hand geben, was du wirklich machen kannst. So drei, vier Sachen. Und wenn du die beachtest, dann bist du schon mal einen Riesenschritt weiter. Einen Riesenschritt vor den anderen. Und das reicht oftmals dann schon aus, um genug Leute zu finden in der aktuellen Zeit. Ja, erstmal willkommen jetzt im Video. Ich bin Alex, das ist Marvin. Hi. Und wir wollen dir jetzt mal so ein paar Erkenntnisse mitgeben, die wir so vor drei, vier Wochen, als wir bei einem Kongress, nein, Kongress nicht, das ist ein bisschen ein großes Wort, bei einer Tagung von so 20 Möbelhäusern waren. Da geht es ja, verkaufen wir sehr viel Küchen, also sie haben genau die gleichen Themen, wie du jetzt auch hast. Was wir da so rausgefunden haben für uns, also wir waren da als Speaker und haben halt dann Inhalte weitergegeben. Und was so die Sachen waren, wo wir festgestellt haben, das machen die meisten dann doch noch falsch. Und da kann man halt dran arbeiten. Also zuerst mal, muss man ganz klar sagen, dir muss bewusst sein, dass du die Leute nicht mehr so wie früher abholst. Also es funktioniert nicht mehr, dass man sagt, jo, ich habe hier 20 Bewerbungen und ich suche mal raus, wie ich möchte. Das waren teilweise wirklich Möbelhäuser mit 70, 80, 90 Mitarbeitern. Da waren auch welche mit 15 dabei, aber die Größenordnung ging es. Und die hatten teilweise wirklich nur zwei, drei Bewerbungen im Monat, was du mal Gefühl hast. Das reicht natürlich von und hinten nicht. Die haben alle eine Fluktuation von sieben Leuten im Jahr, statistisch gesehen bei 70 Leuten. Das heißt, da kommst du nicht mit hin mit zwei Bewerbungen im Monat. Ja, also was du dir halt bewusst machen musst, ist, dass die Leute ja, die warten ja nicht auf dich. Also die Fachkräfte, also ob das jetzt Verkäufer sind oder Tischler oder Monteure oder was auch immer. Die Leute, die arbeiten ja woanders in anderen Betrieben. Und die warten nicht auf dich, sondern die arbeiten in anderen Betrieben. Und genau diese Leute, die jetzt woanders arbeiten, die da einen guten Job machen, die willst du ja in deinem Betrieb haben. Das heißt nicht, dass wir die jetzt, sag ich mal, extrem abwerben, sondern wir wollen natürlich den Effekt haben, wenn jemand unzufrieden ist mit seinem aktuellen Job. Weil er zum Beispiel irgendwie unangemessenerweise von seinem Chef angeschnauzt wird oder seine Kollegen nicht mehr so mag oder generell das Arbeitsklima nicht so cool ist oder irgendwelche Aufgaben bekommen hat, die er nicht mehr möchte und so weiter. Das kann verschiedenste Gründe haben. Verschiedenste Gründe, warum Leute ja auch unzufrieden sind in ihrem Job. Aber was du dir halt bewusst machen musst, ist, es gibt diese Leute, die unzufrieden sind. Ja, und wir können jetzt auch keine Fachkräfte herzaubern und du auch nicht. Aber du musst dir halt bewusst machen, die Leute, die du brauchst in deinem Betrieb, die arbeiten aktuell höchstwahrscheinlich schon irgendwo anders und die willst du halt in deinem Betrieb haben. Und wie kommst du an die? An die kommst du eigentlich nur, indem du transparent kommunizierst, was es für Probleme zum Beispiel auch in anderen Betrieben geben kann. Und jetzt musst du dir vorstellen, jemand, der jetzt unzufrieden ist, der ist natürlich nicht den ganzen Zeitraum unzufrieden, sondern der, ja, es gibt so eine Schlüsselsituation, wo er dann sagt, so, jetzt ist genug oder so. Und eigentlich ist der Schlüssel, um Fachkräfte zu finden, in dem Moment da zu sein und zu kommunizieren, was diese Person gerade für ein Problem hat und zu sagen, dass das in deinem Betrieb wahrscheinlich anders ist. Ja. Und das aber immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und, ähm, also was meine ich damit jetzt konkret? Angenommen, jemand, ähm, hat zum Beispiel, ähm, es hat, äh, irgendwelche, oder sagen wir mal zum Beispiel, die Stimmung im Team ist nicht so cool, ne? Ja. Einfach mal ganz einfaches Beispiel, die Stimmung im Team bei sich im Küchenstudio ist nicht so cool. Ähm, der ist Verkäufer. Und jetzt sagst du, bei dir, da weißt du, bei dir ist eine coole Stimmung und du weißt auch, dass, ähm, dieses Thema Stimmung, äh, ist für manche Leute wichtig und du weißt auch, dass das ein Problem für manche ist, dass bei denen eben keine gute Stimmung ist. So, und was du jetzt eigentlich nur machen musst, ist einmal aufzeigen, hey, ähm, du willst eigentlich motiviert zur Arbeit kommen und du willst auch eigentlich ein cooles Team haben, mit dem du arbeiten kannst, aber bei dir ist das nicht so. Dann zu sagen, hey, bei uns, bei uns im Küchenstudio ist ein mega cooles Team, wir sind alle richtig, äh, cool drauf, richtig motiviert und bei uns hast du jeden Tag Spaß bei der Arbeit und wir sind familiäres Umfeld und so weiter, ne. Und, ähm, wenn du das jetzt sozusagen, diese beiden Welten aufzeigst, ja, also einmal das, was die Person jetzt gerade hat und was sie nicht will und einmal das, was du bieten kannst und was du hast und wenn dann der Bewerber zu einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, halt nach Hause kommt und sieht, okay, ähm, ich bin jetzt mega frustriert wieder, weil, ähm, bei uns ist es nicht so cool, dann wird der halt auf deine Anzeige anspringen. Ja, und dir muss halt auch klar sein, also, ideal ist natürlich, wenn du den Schlüsselmoment abholst, aber es ist nicht notwendig, weil du kannst auch, wenn du schon Wochen vorher in die ganze Zeit gezeigt wurdest, wenn die, also, du musst dir vorstellen, du kannst, wenn du, wenn du was richtig machst mit der Werbung, du überlegst jetzt wahrscheinlich gerade, ja, aber warte mal, dass ich da jeden angezeigt werde, da muss ich ja Zeitung, äh, komplett kaufen, so gefühlt, bloß nach Radio und alles, das kostet ja tausend Euro jede Woche, ähm, ja, in der Theorie ja, wenn es um Offline-Werbung geht, online ist es aber nicht notwendig, du kannst online die fünf Prozent Leute dir schnappen, die am relevantesten sind, du kannst diesen Leuten dauerhaft Werbung zeigen für ein paar hundert Euro im Monat, wenn es um eine Region nur geht, also, da kann man sehr viel bewegen und wenn du der Person schon 20 Mal davor gezeigt wurdest, als sie noch zufrieden war, dann hat sie dich auch für den Moment im Kopf, wo sie unzufrieden ist, das alleine reicht ja schon und dann muss es den Leuten halt einfach machen, sich zu melden, du kannst halt nicht mehr erwarten, dass sie Lebenslauf dir schicken, du kannst nicht mehr erwarten, dass sie die Riesen-Anschreiben machen, jetzt sagst du vielleicht, ja, gut, aber wer nicht in der Lage ist, mal einen Lebenslauf zu schicken, den will ich doch gar nicht haben, ja, das mag sein, nur, nur, weil die Person dir keinen Lebenslauf schicken möchte, heißt nicht, dass sie nicht in der Lage dazu ist und wenn die jetzt zwei Optionen hat, die sieht jetzt Küchenstudio 1, da kann sie sich einfach so melden und Küchenstudio 2, das bist du jetzt zum Beispiel, da muss sie den Lebenslauf schicken, die kann gar nicht beurteilen, was von außen besser oder schlechter ist in der ersten Schritt, sie kann nur beurteilen, was ist für sie einfacher, sich zu melden und sie wird immer den Weg des geringsten Widerstands gehen, weil Menschen halt so sind, das hat auch nichts mit Faulheit oder so zu tun, es ist einfach so. Ja, also, die Zeiten sind einfach vorbei, wo du Leuten sagst, schick bitte eine Bewerbung an bewerbung-at-küchenstudio-müller.de, weil die Leute, die sind, musst du dir vorstellen, wenn die deine Sachen sehen, dann sind die vielleicht gerade in der Bahn, die sitzen im Auto, die sind gerade im Bus, die liegen zu Hause auf dem Sofa und was du dir halt bewusst machen musst, das ist auch zum Beispiel eine Story, als wir ja bei dem Möbelverbund waren, haben wir mal deren Webseiten auch analysiert, wo sie ihre Bewerber draufschicken und da war natürlich ganz klassisch ein Formular und dann am Ende als Pflichtfeld jetzt Lebenslauf hochladen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn jemand gerade im Bus sitzt, ja, mit vielleicht gerade mal LTE oder noch nicht mal Verbindung, also geschweige denn, er hat halt noch nicht mal einen Lebenslauf wahrscheinlich auf seinem Handy, also wer hat das schon? Da hat man natürlich keine Lust, sich dann mit einem Lebenslauf da zu bewerben und das hochzuladen und so weiter. Das funktioniert nicht. Du musst es den Leuten so einfach machen wie möglich, innerhalb von wenigen, idealerweise Sekunden, sozusagen die Kontaktdaten auszutauschen und jetzt sagst du vielleicht, naja, aber das ist ja ein bisschen zu wenig, nur die Kontaktdaten und so. Ja, aber du willst erst mal diesen ersten Kontakt herstellen, dieses erste Gespräch mit den Leuten führen, vielleicht mal am Telefon mal abzuklopfen, wie sind die drauf? Weil klar, wenn da jemand ist, der top ist, ein Verkäufer und den sprichst du am Telefon, dann natürlich kannst du dem dann sagen, ja, du kannst mir gerade noch mal deinen Lebenslauf dann schicken und das machen die Leute auch gerne, wenn die erst mal wissen, wer dahinter steht, wenn die erst mal wissen, was dein Unternehmen ist und zu bieten hat. Und darum geht es letztendlich. Ja, und bevor du den Kontakt halt nicht hast, brauchst du sowas gar nicht anfordern, weil du kommst an die Sachen nicht dran. Die Leute haben es einfach zu einfach, ihren Job zu wechseln, du sollst es dir noch so einfach wie möglich machen. Und du wirst aber auch feststellen, wenn du dann erst mal in der Situation bist, dass du wirklich regelmäßig Bewerbungen hast, regelmäßig da halt sichtbar bist, dann ist es für die Leute auch selbstverständlich, weil sie sagen, ja klar, mein Kollege hat sich auch schon bei euch beworben und es ist bei euch ja so der Ablauf. Dann wird man auch etabliert und da gehört noch eine ganz wichtige Sache dazu, das haben wir ja sehr stark festgestellt bei den Möbelhäusern, die hatten teilweise hunderte Bewertungen. Aber wirklich, also die, die okay waren, waren bei 4,6, die, die nicht so gut waren, waren bei 4,3, 4,2 bei Google jetzt. Und das ist ein ganz relevanter Punkt, das darf man auch nicht unterschätzen. Das vergessen auch viele, die sagen immer, ja gut, aber es juckt ja die Mitarbeiter nicht, wie ich bewertet bin. Natürlich juckt die das und die suchen das auch. Die wollen ja, die sind ja gerade in einer Situation, wo sie sagen, okay, ich bin auf dem Markt sehr gefragt, ich möchte mich ein bisschen verbessern, weil ich habe gerade zum Beispiel Stress mit den Kunden. Da gucke ich doch mal, so wie kann ich rausfinden, ob in meiner Zukunft es auch Stress mit den Kunden gibt. Ich gucke mal die Bewertungen zum Beispiel an, weil bei uns sind die Bewertungen ganz schlecht. Das war ständig ein Thema im Unternehmen, dass Bewertungen da reingekommen sind, die nicht gewünscht waren. Also jetzt nicht bei uns, sondern. Ja, also genau, also jetzt bei, also nur mal angenommen, bei dem Unternehmen, wo der da vorgearbeitet hat, da sind ganz viele schlechte Bewertungen reingekommen. Der hat mitbekommen, es gab Stress mit den Kunden und entsprechend ist es so, dass er jetzt gesagt hat, oh warte mal, das nächste Unternehmen, da will ich nicht so einen Stress haben. Ja. Da gucke ich jetzt nochmal nach. Bei seinem vorherigen Arbeitgeber zum Beispiel. Und wenn du unter 4,5 bewertet bist, dann hast du es verdammt schwer. Das muss ja klar sein. 4 bis 4,5 ist so, nicht so gut. Unter 4,0 kannst du es eigentlich fast schon vergessen. Also wenn du nicht der einzige Arbeitgeber in der Region bist, kriegst du dann keinen. Weil die Leute, die vergleichen dich ja nicht mit dem, wo du sagst, ja der ist ja noch schlechter bewertet, sondern die vergleichen dich mit den besten. Die sehen zwei Unternehmen, das eine ist mit 4,9 bewertet, das andere ist mit 4,3 bewertet. So. Wo geht der hin? Von außen sehen die erstmal gleich aus. Da geht es dir mit 4,9, wenn alles andere gleich ist. Und du kannst ja, du merkst schon, das sind viele kleine Bausteine, die da rein zählen. Das ist die Omnipräsenz. Das ist das dauerhafte Anspielen der Werbung. Das ist das möglichst einfache, sich melden können. Das sind die Bewertungen. Aber wenn du diese ganzen Sachen beachtest, dann findest du auch wieder Leute. Und wie gesagt, das sind keine Leute, die wird es herzaubern, die sind woanders angestellt gerade. Die sind da nur unzufrieden. Ich würde dir folgendes, das sind sehr viele Dinge, ich weiß das auch, das sind sehr viele Infos immer. Ich würde dir folgendes einfach mal vorschlagen. Meld dich mal bei uns zu einer kostenlosen Potenzialanalyse an. Wenn du Interesse hast, mal rauszufinden, was kann man bei dir eigentlich noch machen? Wie bist du aufgestellt? Weil das waren jetzt 4 Punkte, die wir genannt haben, aber es sind noch viele andere Punkte, die dir einfach im Hintergrund auch mit reinspielen, ob du gute Leute findest oder nicht. In unseren Potenzialanalysen geben wir diese Sachen deutlich komplett oder deutlich umfangreich nochmal durch, gucken, ob wir dir helfen können. Wenn wir dir helfen können, geben wir auch eine konkrete Strategie, das ist auch kostenfrei und unverbindlich, an die Hand, wie du an Leute rankommen kannst. Und wenn du Interesse hast, die benutzt, das da umzusetzen, dann kannst du das ja gerne machen. Wenn nicht, dann machst du es halt alleine, ist auch in Ordnung. Wichtig ist erstmal, informier dich, mach eine Potenzialanalyse bei uns, geh einfach auf den Link unter dem Video, da findest du das genau und dann schau einfach mal, was bei dir möglich ist. Weil du wirst feststellen, auch wenn alle Leute in der Region meckern, es gibt keine Leute, es gibt Leute, die sind gerade nur woanders angestellt und es hat nur noch keiner geschafft, attraktiv genug zu sein, dass er als Leuchtturm für die einfach in der Region steht und die Leute dann damit gewinnt. Richtig. Ansonsten, danke für deine Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Schön, dass du das Video dir bis zum Ende angeschaut hast und lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Ganze gefallen hat und gib dir ja ein Abo dem Ganzen auch. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.